ganz das machen 1 mache doch noch ruhig das stimmt man nicht noch erst mal warum habe ich überwachungskameras was bringt das ist einfach nur so wie ein effekt wie ist das jetzt für das geld das ist der pixel kompressor ich habe ihn gecraftet hast du schon das ist eine railcrafting table sag mir nicht wir können uns hier eine eisenbahn bauen so eine art eisenbahn wie nice ist das denn und es gibt dann hier noch hier eine pet station kannst du alles für dein haustein machen es gibt diese wiring station da kannst du hier mit drumkreisen alles ganz komplex machen noch viel zu erdecken alter scheiße ähm hier wollte ich jetzt weitermachen pixel ich brauche mehr korbel mehr wo ist die schütze das ding hier jetzt müssen wir da 1k wachsen was ist das denn das ist das ist das ist quasi die geld ding äh hier mach die geldtruhe hin ja aber was ist denn das was wir dann dafür ja aber was ist denn das was wir dann dafür das ist quasi das geld das ist pixel in kompressierter form also ich habe bei mir jetzt diese vk 5k boxe kann ich mir jetzt ja dann hast du das pixel in boxe okay kann sie dann die kann man kann ich mir dann wieder nehmen kannst du einfach quasi wieder essen dann hast du die wieder so wie ein rezept achso ja cool mach ich das mal ach da sind sie ah ja es gibt ein burn-resistant spray aber das ist voll teuer da braucht man so ein chronisches extrakt das ist das was wir für den kühlschrank brauchen sollen wir uns ähm für diese druckmaschine praktisch einen eigenen raum machen so als bank ja können wir direkt von machen dann macht sich jeder eine truhe fertig wo jeder seine pixel reinpacken kann das wäre richtig geil irgendwie und ich brauche mehr stein guck mal was ist das denn der neue amboss alter jetzt kann man den ambossen drei verschiedene sachen upgraden es gibt nämlich jetzt drei neue ne vier neue materiale und man kann drei arten weiter decken das ist jetzt richtig komplex und wir haben nicht genügend Dura Steel das ist das heißt wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir sind nur noch am reisen und kommen nicht mehr dazu hier unser Haus mal was auszubauen wer ist wieder schuld wer ist wieder schuld ich weiß es nicht kann man mit schnee eigentlich noch irgendwas anderes machen außer schneebälle du kannst größere schneebälle machen du kannst größere schneebälle machen wow das kann man zum essen Speiseeis kann man machen Zucker und so mit den normalen schneebällen ja äh braucht man auch ja schnee und man braucht äh Zucker oder so lol ja Zucker wir brauchen wir brauchen einfach wirklich ein Lagersystem ja aber wo Mario wo bleibt das mit einem Lagersystem ja wie da wollen wir übrigens mal die Mission machen die sie von der alten Dame bekommen haben was waren das nochmal äh das Artefakt in äh in der Jagd äh in der Jagd von der Easter wir haben die Florania besucht jetzt müssen wir so ein Artefakt finden in der Jagdgesellschaft ewigen Jagdkonten an was müssen wir finden ein Artefakt hat achso ähm ach ja jetzt nicht die Fossilien hab ich jetzt verwechselt ähm ja können wir machen warte noch ein bisschen ich bin gleich soweit immer muss ich warten dauert ein bisschen muss noch 250 Sachen hier verarbeiten es dauert es dauert die die ich kann einfach nicht ich die 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 das ist siehter aus ich weiß ich könnte auch zwei neue Upgrades so ein Kühl-Upgrade und Lärm-Upgrade da können wir jetzt auch in wärmen und kalte Gebiete dann keine Ahnung wo du das siehst hier beim Anvil Amboss achja es gibt so einen Frozen Bumerang das ist eine legendäre Sache da braucht man nur einen Bumerang ein Upgrade-Modul und 15 Kryonische Module die wir für den Kühlschrank auch brauchen das ist ja alles voll easy schade dass ich jetzt keine Facecam habe weil mein Gesichtsausdruck verrät alles ich hab keinen Plan was du von mir willst oh ein hier Frozen Bumerang da brauchen wir einen Bumerang ein Upgrade-Modul und 15 von diesen Kryonischen Extrakten die wir für den Kühlschrank brauchen genau Kühlschrank ja Kühlschrank schon klar was siehst du den Bumerang beim Amboss und dann musst du ein bisschen durch äh da beim Schwert du even Schwert Bro den hab ich bei mir noch nicht ich bin gleich so weit keine Sorge es lohnt sich auf jeden Fall was ich hier mache vielleicht möchtest du ja ein bisschen musikalische unter Mahnung hier reinbringen wir könnten auch eine Band kunden ja ich hab keine Musik im Moment könnte ja eins geben ja Ja, ja. Ich hab's fast geschafft. Okay. Ähm, ja. Eine Bandwilze machen. Wollen wir? Können wir machen. Äh, Bandname ist, äh, Zee Band. T und das B großgeschrieben. Mit Leerzeile? Ja. Welchen Song spielst du? Ich will gar keinen Song, du spielst. Ich weiß gleich welche Song spielst du. Äh, äh, ich hab weggepackt. Äh, wir spielen Canon in D. Warte, wo ist der? Warte, wo ist der? Ja. Warte, wo ist der? Warte, wo ist der? Ja. Du bet traction bist du! Ja. Wir sind dabei. Das ist so wunderschön! Ähm. Alter! Ich bin fast tot. Oh, das tut mir mal. Mir ist da wohl ein Missgeschick passiert. Das hat sich gelohnt, die ganze Zeit dafür am Amboss zu stehen. Hast du, dass ich eigentlich vor einen Schaden bekomme? Äh, nein. Lol. Ähm. Ne, übrigens, gern geschehen für den, äh, den Schaden. Für das Musik zu meinen, das ich dir gegeben habe. Ja, danke. Okay, ich werde jetzt die Mission machen, dazu musst du auf dein Schiff gehen und dann auf Mission klicken. Äh, okay. Muss das jeder getrennt machen? Nein, nein. Zusammen. Ich bin jetzt auf mein Schiff. Ja, und dann musst du auf Mission klicken. Mission. Ähm. Ähm. Das, äh, Ceremonial Hunting Carverne? Das Ding? Ja, und dann Deploy. Hab ich gemacht. Und ich reise, und ich reise. Gehen wir jetzt jagen? Ja. Wir hatten noch, äh, vor der, äh, wo wir zuerst gegangen sind, waren da verschiedene Leute, ne? Ja. Das sind die Leute, die wir jetzt erst treffen, ne? Es ist ein bisschen komisch, dass die jetzt alle wegen mir freigeschaltet sind. Achso. Du zuck jetzt bei mir ein bisschen. Bei mir nicht. Ja, labert hier nur mal alle. Uhuh. Warte, die Stadte da oben will ich haben. Kannst nicht abbauen. Kommen. Oh Mann. Oh Mann. Hääääää. Hallo. Hallo. Sock's dich ha- voll heal'n. Wird nämlich krass. auch aber schon wieder alles umbluten oh Hast du meine Dosis schon genommen oder was? Ne, die war leer. Wie die war leer? Die Kiste war leer. Hey cool, die können wir jetzt essen machen. Ja, ist okay. Ja, ja. Jetzt bin ich hier komplett durchlabern. Höh? Was verdammt mich denn an? Ich weiß überhaupt nicht, was der Typ von mir will. Ich hab einfach so einen Typ runter, der hat mich einfach so angegriffen. Ähm. Oh oh. Oh oh. Was denn? Bei mir sind Typen hinter mir her. Oh. 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 Was denn jetzt nicht mehr? Oh, das ist mir da gesagt. Oh. 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 So, beides ist weg. So, beides ist weg. So, beides ist weg. So, beides ist weg.